Was geht ab? Liebe Community, willkommen heute zur zweiten Umfrage von Kat der Song, also Teil 2. Der erste kam ja sehr gut an bei euch. 59 Likes habt ihr da gelassen. Und ja, wenn euch der gefällt, lasst mal nochmal ein paar Likes da. Schreibt mal rein, wie ihr es findet. Ja, hab's gesehen, aber nicht gehört. Warum erstellen die das Wort bereit? Nein. Kommt morgen online dann noch. Was findet ihr jetzt? Ich finde es. Ich finde es. Es geht einigermaßen. Es ist alles. Aber zu viel Sex. Zu viel Sex, ne? Zu viel. Sie muttert etwas, sie muss, ja, sie muttert etwas runtertiefen. Zu viel. Ja, zu viel. Oder kalt. Habt ihr noch Instagram nach? Paul Tövs. So heißt sie Sex. Ja, sehr schön, weil mein Musik, die sind alle so. Ja? Das ist Lindüks Musik, weil von mir. Ja. Kennst du sie, oder? Kennst du? Nee, ich kann Kurdo. Bonus MC. Äh. Äh. Saab Samrazo. Diesen. Ah, okay. Ja, für dich was. Hast du ja noch deinen Instagram-Namen zu sagen? Ja, Jano Bin Safen. Jano Bin Safen, okay. Abonniert immer alle. Na klar. Na klar, ich habe alles. Ich habe das Copyright. Was die Daubersteil. Ich kann's am besten, weil es nach wie vor mein Hobby bleibt. Mal ist, mit Hinblickabe. Ich kann wie der Vitter im Versen verangeschalten. Ich bin mit meinen letzten Handel. Ich bin mit deinem Lichtschmier. Sag ich mir, gerne. Ich meine echt das Eis am Stiel. Da, da, da. Wie findet ihr es? Also ich bin nicht ihr Fans wirklich, also ich mag sie gar nicht, also ich mag sie. Ich finde, dass sie das so präsentiert, muss man nicht machen, aber sie ist halt so wie sie ist und ich hab nichts gegen sie. Okay, dann Dankeschön. Also mein Name ist jetzt Nico, also das wird dann morgen gegen 18 Uhr online sein auf Youtube. Danke. Wie trainiert ihr den? Muss man halt mühen, wenn man die Daten markt. Das ist nicht unbedingt mein Fall. Sie sind unbedingt mein Fall. Wie ist das denn? Ich bin nicht, ich bin nicht mein Fall. Ich bin nicht, ich glaube, ich bin nicht. Ich bin nicht. Aber ich bin nicht, ich bin nicht. 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 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass die Teile noch haben und Kaffee noch nicht auf der Seite. Emlika.com und lukas.fks So liebe Community, das war es jetzt von der Stadtumfrage, wenn euch das gefallen hat, lasst mal ein Like da. Und am Mittwoch kommt die nächste Umfrage zu den Lieds von San Diego, Elloa. Und ja, bis zum nächsten Mal, ciao! Also bevor ich es noch vergesse, von einem befragten Person haben fünf Katja gemocht, beziehungsweise das Lied. Zwei haben sich enthalten, beziehungsweise ja, war nicht deren Fall und vier Stück mochten das Lied nicht, beziehungsweise mochten Katja nicht. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Und Mittwoch kommt noch ein Stadtumfrage zu Elloa und ich versuche mir jetzt bald auch ein Mikrofon zu holen, so ein Ansteckmikrofon, damit die Tonqualität noch etwas besser wird, weil der Wind war wieder ab und zu mal, also zum Schluss war ein bisschen doll. Und wie gesagt, ich versuche mich immer wieder zu verbessern und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und schreibt mir in den Kommentaren, von welchen Liedern ich Stadtumfrage machen soll. Und ja, bis zum nächsten Mal, ciao!